Ein Feuer hat am späten Freitagnachmittag Teile des Landgasthauses Koch in Kalden schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen der Feuerwehr beläuft sich der Schaden auf deutlich mehr als 100.000 Euro. Das Feuer brach in einem Lagerraum der ehemaligen Sauna aus und griff auf den angrenzenden Gasthaussaal über. Durch den schnellen Einsatz mehrerer Wehren konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten Atemschutzgeräte eingesetzt werden. Später wurde mit der Wärmebildkamera der Innenhäuserwehr noch Glutnester entdeckt. Um 18 Uhr gab die Feuerwehr Entwarnung. Der weithin bekannte Kaldener Wursthimmel mit seinen 35 Tonnen Wurst- und Schinkenwaren blieb vom Feuer verschont. Somit ist der Schatz des Betriebes und das Lebenswerk von Firmeninhaber Thomas Koch gerettet. Untertitelung des ZDF- und Schinkenwaren. Untertitelung des ZDF, 2020